Neben mir sitzt die Jenny. Jenny, du tanzt schon länger bei uns bei Love2Dance. Erzähl doch mal, was hat dich denn zu Love2Dance gebracht? Also ich war auf mehreren Partys und da habe ich einfach gemerkt, wie viel Spaß es macht zu tanzen. Und dann habe ich auch schon den ersten Tanzkurs bei dir besucht und es hat mir so Spaß gemacht, dass ich einfach regelmäßig gekommen bin. Drei Dinge, die dich am meisten begeistern bei Love2Dance? Was ich ziemlich sehr schätze ist einfach diese Community hier. Man kommt rein, wird begrüßt und man wird einfach so herzlich aufgenommen. Eine andere Sache wäre zum Beispiel, dass wir im Tanzkurs immer so verschiedene Figuren lernen und sie vor allem auch immer wiederholen, sodass sie einem im Kopf bleiben. Ich schätze dich als Person sehr einfach, wie du uns das Tanzen beibringst. Du zeigst uns deine Liebe zum Tanz und das wird uns natürlich auch übermittelt. Heißt ja auch Love2Dance, deswegen die Liebe zum Tanzen, ja. Wir unterrichten bei Love2Dance ja verschiedene Tänze. Welcher Tanz ist denn jetzt dein Lieblingstanz geworden? Also mein Lieblingstanz war schon seit Anfang an der Bachata. Und einfach, ich spüre die Musik, ich fühle die Musik und ich liebe es einfach darauf zu tanzen. Also würdest du uns weiterempfehlen und warum? Ja natürlich würde ich euch weiterempfehlen. Einfach, das ist so eine Abwechslung in den Alltag und es macht einfach Spaß hier rauszulaufen und zu wissen, man hat einfach was Neues gelernt. Und dann kann ich es ja auch mal an, ob es nicht so eine Abwechslung verurent. Das ist so eine Abwechslung. Vielen Dank.